was bringt das wenn ich da so gegen hau macht vor allem stroh das ist jetzt nicht so geil ok und 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 mentar auf feuerstein holz stroh also immer geben kannte vor allem sollten wir auch mal ein bisschen metall farmen dann könnte man nämlich auch metallwerkzeug umstellen dann kriegen wir ja noch mehr raus das macht auf jeden fall sind scheint verpackt zu sein und und Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's. 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 so da kommt auch kein metall raus da kommt auch ein ja 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 Sieht schon geil aus der Himmel, oder? So. Ich mache auf jeden Fall nicht mehr lange. Aber mit ein bisschen Glück geht es heute Nacht direkt weiter. Wir müssen dann halt nur in Zukunft mal beachten, dass Kicksan Server, der sich um exakt 2.15 Uhr neu startet. Und wenn ich nachher nicht pennen kann, das wird passieren, dann werde ich mich dem Problem auch mal annehmen und werde das Ganze mal recherchieren. Da hast du die Cam. Hier ist der Diagnose-Monitor. Achso, ah. Na, Azulbeere. Nur die kann er haben. Die haben wir bestimmt irgendwo. Azulbeere waren die blauen, glaube ich. Jo. Weil hier ist niemand, ihr müsst dann hier einfach auf, müsst ihr dann einfach auf den 0. Slot legen, sozusagen. Oder bei mir ist es halt der ganz außen. Aber es ist halt so, für jeden, der am PC vernünftig spielt, ist es halt der 0. Ja. So. Ja, es kostet halt ein bisschen. Macht aber nix. Denn die Angst sollte ja nun auch mittlerweile hier sein, oder? Ja, siehst du irgendwie. Mit den besten Glückwünschen. Bin gleich wieder da. Ja. Nee. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Unsere Anke, hat es denn endlich auch mal geschafft, hier anzukommen? Mit schwerer Überladung, aber keine Sorge, ich werde sie sofort entladen. Das ist gar kein Problem. Erstens wird Metall eingeschmurzen, weil das dauert am längsten. So, das dauert schon mal am längsten. So, das Zeug kann ja alles schon mal rüber. Das Zeug kann ich... Fest Moment... Was machen wir dann hier rein? So. Ähm... 20 weniger, 5 bleiben... 23. Da fehlen immer noch so um die 39 Holz, aber wir haben weitere 6 Decken hergestellt. Ich könnte die Wände ja schon mal platzieren. Das macht man so. Dann mach ich jetzt hier einfach Dach rüber und den Rest alleine basteln. Ähm... Was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte gerade Dingswerkzeug basteln, ne? So, jetzt geh ich erstmal wieder ein bisschen auf Leben. Also, mein Plan ist so 500 Leben, 500 Schleppen. Der Rest... Äh... Ist dann Ausdauer und... Resistenz und... Hast du nicht gesehen, aber da haben wir bis jetzt gar nicht so Probleme mit. Schusswaffen... Schusswaffen... Sonstige... Ist das eine Schere? Eine Schere wird... Da. Vielleicht zweimal... Und die Einten nämlich weg. Die kann hier für Keks liegen bleiben. Mach hin, ey. Dann kannst du dauernd eine Metallbahn suchen. Mein Gott. Da sind doch 8 Metallbahnen. Wird jetzt alles etwas teurer. Aber... auch weg. Das ist gar nicht schlimmer. Das kann erstmal einschmelzen. So. Ich geh jetzt nämlich erstmal verarmen. Äh... Kammabel hat noch eine Menge Scheiße drin, ne? Eine ganze Menge Gammelfleife. Leben. Stein, bis das hin ist. Holen wir erstmal alles raus. Äh... Auch aus müsste ich erstmal. Oh 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 ups. Oh 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 oh... Nehm ich, das nehm ich. Ah! Ah! Ehh! so pop 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 Das geht in die Smithy, das schmeiß ich alles in die Smithy, das geht in Sparrel. So. Das schmeiß ich alles in Sparrel, das schmeiß ich dem Dings wieder rein, das geht in die Smithy, boop, alles gar nicht weiter wild. So. Steine holen wir uns direkt raus, ist das geil an der Explosion. Hausmod. So. Es fehlt massig Holz. Wie war's in seiner Mutter? Genau. Es fehlt Holz. So. Käpt'n Marvel. Kommen Sie mal. Gehen jetzt da hinten und schlachten da mal ein paar Päume ab. Also erst gehen wir hier hin, weil das hier ist. So. Halb, halb. Mhm. Also wir bauen das Faust noch fertig. Dann vibe ich einmal nochmal in den Server, dass ich mit Rüben gewissen, oh ein Gunny, äh ein Tag Gunny, äh ins Bett gehen kann. Ich fahre den Server auch runter, also ich bleibe auch drauf, aber einfach nur, dass wir noch ein bisschen Puffer haben, dass die Viecher erst nachspauben werden und das Server das nächste Mal gestartet wird. so. Und dann passt das schon. Ich habe auch ein paar Pauern, aber die interessieren mich jetzt nicht. Eigentlich müssten wir jetzt ja massig rausbekommen. So. 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 Also faust, was… macht schon Spaß. Na. INDY dong 363 Holz aus zwei Dingern geholt. Hat dir gedacht das ein, oder? Nee, tut der nicht. Guck mal, was ich auch so raus hol mit der Metaller Axt. Macht auf jeden fall schon mehr Spaß. schon deutlich mehr, auf jeden Fall schon deutlich mehr, wie ich finde als mit den uralten Steindingen. Und das geilste Scheiß ist, ich spawne auch immer noch wieder nach, weil es weit genug auf welches. Ich nehme immer noch auf, im übrigen, obwohl das nie einer sehen wird auf YouTube, sondern nur ihr hier im Stream werdet sehen. Oh, wer bist du denn? Komm, lass das rein. Gib mir deinen Korb. Halt um! Blöd Vieh. Doch, das Barrel. Dich hole ich mir noch, mein Freund. Beruhig du dich mal. Ich fahre mir jetzt hier noch in Ruhrholz. Dich hole ich mir hier in dieser Aufnahme noch. Da kannst du aber Gift draufnehmen. Wenn ich jetzt die Dings dabei gehabt hätte. 168 Attack. Hallo? Ihr wisst, dass ich in die Dinger verfabelt bin. Dich böse Tier. So. Wo ist mein Lasten-Esel? Da. Gut. Ich habe jetzt 1100 gefarmt. Das reicht. Grüni, du bist jetzt nicht so weit weggelaufen, oder? Ich habe jetzt 1100 gefarmt. Das reicht. Mann, weil ich nur zwei Betäugungsfeile hatte. Das ist doch scheiße. Man kann es also auch noch altmodisch machen. Ich habe es nur nicht geschafft, ihn umzunocken. Oh Gott. Du bist necke. Da bin ich noch bewiegen, Mann. Hallo. No, don't. Warten wir noch um den Lieblingspackesel? Schauen wir mal den Ginny an. Kriegt die doch bestimmt mit so ein paar Barrels überzockt, oder? Was sein muss, muss sein, tut mir leid. Ist der hier noch irgendwo rum? Ne, eigentlich nicht weit gekommen. Um. Schaut. 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 Einfach nur den Raptor finden. Also Leder brauchen wir uns keine Gedanken machen. So. Wo ist dieser Drex? Hallo Rex? Drex habe ich gesagt, nicht Rex. Patek Parasaurus hingelaugt. Ich meine, der war 168. Ich glaube, der ist weg. Gut. Dann warten wir jetzt auf, dass der Schwerlasttransporter hier eintrifft. Dann bauen wir den Scheiß fertig und hier Feierabend. Hier. Wobei der angekommen ist, kriegt der auch sein Futter. Was brauchst du denn eigentlich? Und ich weiß nicht, das macht den Schwerlast nicht so gut. Was war bei mir? Ich bin doch schon gut. Ich bin doch am Ende. Und ich habe der Schwerlast nicht so gut getan. Und ich habe das nicht so gut. Ich habe da können, was Sie anmakst? Bist du für die Schwerlast das nicht so gut? Ja. Was bin ich noch? Ich bin schon mal gut. Come on Come on Ja, fein. Ja, fein. Hier hast du ja deine Bärchen verdient, die habe ich dir aus Versehen geklaut. Ja, warum ich das mache, fragt einfach nicht, das ist einfach, damit ich es nachher alles zusammen holen kann. Weil aus meinem eigenen Mittag kann ich es nicht holen, und aus Klicks ist es ja auch nicht. Ich kann hier auch mitnehmen. So. Waffen... Na, kaum. Na, fehlt Metallförber, dann kriegst du jetzt auch eine Metallachse. Stroh pulle ich auch gleich mit. Dann ist das raus. Vergiss das keiner, dass das noch frisches Stroh, was erst mal verbaut wird, dann hält das länger. So. Hälfte hier haben wir, das heißt wir brauchen noch 17. Holz. Das. 17. Stück. Ich kann 19 bauen, will aber nur 17. So, ich nehme die schon mal an mich, weil die sind sowieso schon ganz schön schwer. Ich gehe mal vier, ne? Ich gehe warte mal. 2. 2. 2. 4. 2. 2. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 4. 5. 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 6. 5. 6. 6. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 11. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020